Der Lukas ist noch drinnen! Ihr habt ihn verloren! Einser zu Befehlbrand in der ALW-Spital-Tanato-Straße 2. Ich bin im Nürnmer Feuerwehrhaus aufgewachsen. Ich bin als kleines Kind, als ich schon immer bei der Feuerwehr gewesen habe, durchspielt. Natürlich, dass ich damals mit zehn Jahren zur Jürgenfeuerwehr gekommen bin. Und seitdem bin ich bei der Feuerwehr. Familie und Feuerwehr, ich kann es erlob sagen, für mich ist die Feuerwehr die Familie. Und meine zwei Söhne sind bei der Jugendfeuerwehr und im Aktivendienst. Und auch meine Frau ist über die Kameratschaft irgendwo bei der Feuerwehr. Und sie lebt das auch mit und muss das auch mittragen, weil es geht nur gemeinsam. Und sie muss halt das Verständnis haben, wenn man dann in der Nacht oder am Wochenende einmal mit daheim ist bei der Familie oder bei der Frau. Ja, es ist, ja, Berufung schon fast mittlerweile. Und man ruft sehr viel tun bei der Feuerwehr. Und auch sehr viel vergleichsmäßig, viel Einsitzung zu den anderen Feuerwehrzüge. Es ist schon abwechslungsreich, interessant und es ist schön, wenn andere Leute ein Rücken kommen. Gelebte Kameratschaft, das heißt wirklich füreinander da sein, Jugend, ältere Leute, also gegenseitig sich zu helfen, voneinander zu lernen. Das ist, glaube ich, bei uns eine wichtige Geschichte und das zeichnet auch die Feuerwehr aus, weil man ja wirklich auch durch, ich sage einmal, von 15 bis mittlerweile jetzt in 70 Jahren alle Altersstufen drin hat. Und das ergänzt sich eigentlich ganz gut. Die neue Freiwilligkeit ist für mich eigentlich auch so, das ist ein Charaktergut eigentlich, was Lehrer immer weniger lebt und freiwillig ist für mich, wenn ich irgendetwas tue, was ich nicht tun muss, eigentlich ohne dass ich da zuhören, eine Gegenleistung. Hallo. Wie motiviert eigentlich, weil ich selber eigentlich das will und den Menschen helfen möchte und ich einfach froh bin, dass ich ein Teil der Feuerwehrspitale sein darf. Wir sind immer für unsere Bevölkerung bereit. 24 Stunden am Tag. 7 Tage die Woche. 365 Tage im Jahr. Rätten, löschen, schützen, bergen. , 4 Stunden am Tag. 2評er del Vizepち Joel. 15 Stunden am Tag. nước flere Vizepinz. 6 Tage im Jahr령. 15 Stunden am Tag. Altos gibt Alege. 3ホа. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020